ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich mach mal den Heli aus Und vielleicht lebe ich gleich wieder Ja das Problem ist, ich kann dir halt gerade nicht helfen Ich ballasche mich jetzt mal Ja ich hab gerade die ganzen Zombies eigentlich auch nicht gelockt durch meinen Schuss von meiner Sniper Okay Ich brauche jetzt mal zum Heli Aber ich bin gleich tot Lange Ich hab noch 1683 Blut 1400 Nein Right in back What? 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 Der Spieler, der Spieler, der Spieler, der Spieler Na ich bin tot Du hättest glaube ich wegfliegen müssen Egal Abort Yes Wir stecken den in uns würde ich sagen Disconnect Okay Mann alter kommt da so plötzlich so ein dummer Hurenkacklappen Mann o Nein ich bin K.O. fuck Okay Ne ich bin tot oder? Ja nein ich bin tot Was? Wie ist denn der? Der hat mich am Arsch Da fuck Alter was hatte der denn für eine Waffe Dann ist ja irgendeine AK oder Ah die AKM Ja ok Oh man Egal setup complete Please wait mal gucken wie weit ich davon entfernt bin Weil ich nicht so weit weg bin Dann geh mal da Hier sitzt ihr den und pistol den weg Ja Ja ich denke mal Da wird sich jetzt gleich den Heli snacken Und wegfliegen Denk ich auch Ja wo bin ich denn Ich bin entfernt 2300 Meter davon Scheiße ich bin da Ne ich bin in der Nähe von der Brücke glaube ich Mit der großen Oh fuck man Na gut Entweder Entweder Ja die gute muss man gleich sagen wo du spawnst Wo du spawnst Ich denke mal wieder irgendwo da unten Du müsstest halt neu formieren und sowas Aber ja relativ scheiße jetzt Ja der hat gerade eben auch zum Glück nur eigentlich die Instrumente zerschossen Das heißt der könnte eigentlich sofort wieder losfliegen Der Typ dann Ok Oh schwul Ich hab's einfach trotzdem mal in die Richtung Sag ich mal Und ich weiß doch dass das ein Auto Vor mir Für's darf man hier schon wieder findet ey Das nicht am Arsch Wie das Auto einfach extrem heil aussieht Ich bin gleich schon ob es auch heil ist Ja ich bin jetzt gleich wieder und dann bin ich mal gespannt wo ich spawner Ich bin wieder genau da Wo Ich glaube ich bin jetzt genau da gesporn wo ich gerade eben auch schon war Klingt Ich denkst du kannst du Koordinaten sagen Du hast doch das eigentlich auch ein Ding oder Warte mal ein GPS Äh da Und ich bin wie heute weg 1200 Meter nur von dem Point Ich bin da bis morgen wo du vorhin warst Ja ich hab ein Auto ich kann mit dem fahren Ja dann fahrst du den Military Point Sehr gut Ich bin gerade am Laufen Sind nur noch 1000 Meter mehr Ich hab so ein Military Truck sowas ähnliches Also so ne so ne so ne So ein Offroad Truck Auto Dinge Also keine Ahnung warum das Truck nimmt So nennt so irgendwie so ein Offroad Was weiß ich was Ich glaube hier steht ein Ein schwarzer Ding ins Es wie oder was Ja Hier stehen übel viele Autos What is what Okay get out Aber ich glaub der ist kaputt Das Driver Ja nö der geht Der ist aber orange Aber ich hatte dir noch gesagt Ich hab da G17 Schüsse gehört Hier war das das Oh da oben fliegt der Heli Oh man Naja gut ich hole dich irgendwo ab oder Da oben fliegt der Typ mit dem Heli Oder ich hole dich irgendwo ab oder Na kann der fliegen oder stürzt der ab Nee der stürzt ab Wurde Oder? Fie doch nicht Der fliegt Das war gar nicht nur was aber abstürzt Ja fahr einfach zum Military Ich bin da auch ein Weg dahin Weil ich bin da Na ja gleich nicht aber relativ schnell eigentlich Ich hab jetzt halt das Auto genommen was ein bisschen kaputt ist als das andere was ich davor hatte allerdings ist halt jetzt ein SUV Neu da vorne steht ein Militärwagen den hast du glaub ich das sogar stehen lassen vielleicht Mitten auf so offenen Feld Ne da steht aber Ich hab grad zwei mit dem Military Wagen gesehen im Wald Und einer davon war auf jeden Fall ja akzeptabel aber da gab es ein SUV Weißt du was alter fuck auf denn snack ich mir jetzt auch einfach den Wagen Lol da steht noch einer da steht so der Art Jeep oder sowas Weißt du das ist wieder so ne sache wo ich mir denke alter das ist irgendwie kacke weißt du das ist das daisie feeling irgendwie weg Das ist auch das ist auch so ein Punkt weswegen ich nicht mehr so oft daisie spiel weil ich einfach so wie es früher war dass man einfach wirklich naja so versucht hat so zu Zuweilen ja das ist irgendwie nicht mehr da finde ich Weil man einfach man hat weißt du wir haben jetzt eine halbe Stunde gespielt Wir hatten einfach sofort irgendwie alles so weißt du das ist halt einfach weiß ich nicht Muss ja nicht sein Ach so das ist ein Humvee alter wo der ist aber auch ein bisschen kaputt haben wie Neue da stehen auch noch mal zwei haben wie es im Wald Äh da der ich kann man nämlich gerade an dem Ja ich hab ich da hingestellt oder ein davon habe ich daneben hingestellt Also ich hab auch da war auch zwei wo ich war So ich bin in 400 Metern bei dem bei dem Spawning ist aber das positive ist vielleicht da meine Leiche noch Ja 300 Meter für mich auch Ja hey für mich auch noch 300 Meter Läufer woher kommt ja von ganz woanders als ich Und da vorne sehe ich auch schon das military Ja gleich weißt Lol du bist rechts neben dir Ja mal guck mal ich da jetzt direkt Ryan, 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 ne komm Ja servus Hallo 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 Lol Ähm ja ich tue mal die Hause mal raus weil wenn du dann im Stil fährst kann es mal ganz leicht sein dass du mal gleich in die Luft fliegt wenn die Ja wenn die ineinander packen dann kann das mal ganz schnell sein dass äh Lol das war der Spieler Mhm Warte mal ich geh mal zu meiner Leiche Oder sie hat zwei Leiche da liegst du ja auch noch oder Ja ich lieg da auch noch weil ich bin da ja von gestorben Da guck mal drauf dahinter ist wieder die ist wieder dieser Spieler den ich getötet habe Lol da liegt dann der lebt noch So ein bisschen zombie Jetzt blutig alter what the fuck Alter was diese unnötige Aktion So lange nehme ich meine Leiche das ist alles okay Also das war deine Leiche ich wollte eigentlich Ich glaube nicht da kommt so hinter dir Was Oh Wie geht's dir Hallo Doch sie muss gelernt sein alter So Radio Anruf 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 Anrufen Anruf 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 In Angli Anruf Anruf um ja im Linus das wird Soundführer gestellt wieder so dass man nachladen und jetzt die uns steht die Bescheid der der jetzt was dabei gab die 17 zu verziehen zu sagen es sind ja ich habe aber man hat mich nicht ließen was geiles sie liegt echt mega vieles zu bescheiden das ist das gute Nürnberg nicht hier ist auch so dass es das Auto was auch alles um vorsicht hier ist gerade irgendwer oder irgendwas gespawnt ich hab da nämlich gerade was gesehen irgendwo war hier ist worden ich weiß jetzt nicht ob das ein Zombie war wo du ähm vorsichtig nicht nach vorne gehen weil da kommen gerade auch so die ein oder andere Zombies kommen da äh sie siehst du von hier aus und darüber muss jetzt zu der letzten Bracke dafür wo ich direkt hinguckt da steht an der Wand ne siehst du den ja direkt über uns ich geh auf CZ der stützt ab der stützt ab ne doch nicht na was macht denn der warte 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 der stützt ab mit Wald der stützt ab mit Wald und der lande da hinten äh komm mit komm mit schnell komm mit raus 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 bei unseren Autos raus und der Wand entlang und dann den Wald aber mit X noch laufen denke ich mal oder ja egal der lande entweder da hinten oder der Sturzgrad aber eins von beiden da hinten ist doch schon Rauchwolke auf dem Boden also der landet wo ist denn der wo ist denn der ich sehe den gar nicht mehr da hinten das was er hinter dem versteck da hingeht ok oder der fliegt der geht hoch ich sehe den nicht mehr scheiße das war unser heli glaube ich der kleine wenn ich den Heli jetzt mal sehen würde dann würde ich den einfach raussnipe den Typen da hast du noch ein ZZ-Magazine da oben ist er oder ne ist gefahrt Vogel hast du noch ein ZZ-Magazine im Rucksack vielleicht ne ich hab mehrere ZZ-Magazine gerade im Inventar da sind auch by the way Zombies die da alle gelaufen kommt was auch hinter dir da oben fliegt da da hinter dir äh lass mal da rumlaufen oder lol ok ja er ist gecrashed nice lass hinten in den Wald gehen und gucken was der Phil Krip hatte jo wenn es aber wohl das was ich nicht verstehe ist pass auf der ist rausgesprungen woher weißt du der ist rausgesprungen es kam keine death message stimmt der ist rausgesprungen vorher der hat abstürzen lassen das heißt der kam jetzt hier irgendwo rum fuck ja wo bist du? hinter mir? ja direkt hinter die hinter den Bäumen wenn ich lass mal irgendwie trotzdem von Baum zu Baum und wieder nach vorne gehe ok war ja die Richtung hier ungefähr oder? woher ich bin schon wo war das? guck mal ob ich irgendwo ah weiter links ist die Absturzstelle echt? aber die waren nicht direkt im Wald oder? ne ein bisschen vom Wald weg siehst du nicht für uns in das Auto was da steht jetzt könnten wir uns holen jetzt könnten wir uns holen ich renne da mal hin und hol mal das Auto da ist äh ne ne SUV wieder sehnt du mir allerdings gerade nichts ich höre die Musik wieder runter komm mir oder was? ja ich glaub ja könnte halt sagen weil wie gesagt die hat die Mucke ganz schön laut ok da steht zwei SUVs ineinander vorsicht 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 links Auto bei uns bei mir hinten wo wo bist du denn? bei der Ami Base bei der Ami Base bei der Ami Base warte den hol ich mir und Chopper in der Luft ja das hab ich gesehen ja scheiße dann komm ich wieder zurück dann ist jetzt oh man Moment ich denk mir jetzt hier so ein Auto wenn das fährt dann fahr ich mit dem zu dir ja das fährt ne 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 jetzt nicht nicht wieder hier runterfahren bleib einfach kurz da oben und warte der ist nämlich jetzt gerade irgendwo anders hin gefahren ich kann nämlich jetzt gerade nicht ausmachen wo der Typ hin ist das sind zwei SUVs ne warte 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 da vorne da vorne hier da vorne vier da da vorne vier da ich stehe ich bin auch im SUV drin ich hörts halt den Helikopter ne relativ nah an mir hm los kommt Leute fahrt in die Base rein alter fahrt man so richtig schön in die Base wo genau bist du jetzt? hier weg ne die glaub ich fahren weg ich komm mal zu dir runter jetzt einfach ja die fahren weg die fahren über die Straße und weg sind sie ja aber ich höre ich ja auch den Chopper ich höre ich auch ich höre zwei CDs wenn ich ehrlich bin äh siehst du mich? oder hörst du mich? ok äh nö gerade sehe ich gar nichts ich bin jetzt gleich jetzt höre ich jetzt höre ich mich was gehört ich bin jetzt gleich bei der Base wieder oder was heißt Base bei diesem komischen genau oder wie ich hab dich gerade gehört aber ich weiß gerade nicht wie du bist ich bin an der Mauer jetzt in der Mauer? ja ah da unten bist du ich seh dich wo soll ich hinkommen? äh bei auch bestehen ich bin auch nicht wollen wir nach oben fahren in Richtung äh Richtung Hedi würde ich mal sagen ja direkt über mir ist ein Hedi ja ich ich höre es warte mal ganz kurz ja der wird langsamer der stoppt ne weil wann ist denn das für ein Hedi? ein großer? äh das fühlt sich entweder an wie ein Mini oder ein Lidl das hat sich alles wenn der Motor ausgemacht hat in der Luft nee nee der hat in der Luft äh gestoppt ah davon läufst du bist du auch du bist ja aus dem Wagen raus ne ja davon läuft alter Sack leute ich ein Auto da kommt ein Auto reingefahren in die Base in die Base warte dann lass mich mal gucken das ist ja da ich sehe 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 das Auto der scheiß wieder raus glaube ich der ist wieder raus gefahren ja da vorne fährt er wo ist er hingefahren? Straße wieder oder was? nee nee ich stehe gerade noch hinten im Wald nein ich meine wo ist der Typ hingefahren? ja da fährt er verars maze